Erst durch gelebte Werte hast du ein wertvolles Leben. Erfolgreiche Menschen definieren ihr How und aufgrund ihres Hows treffen sie ihre Entscheidungen in ihrem Leben, um die persönlichen Ziele zu erreichen. Was meine ich jetzt damit diesem How? Das How ist der zweite Schlüssel zum Erfolg. Als Erinnerung der erste Schlüssel zum Erfolg ist das Why, also das Warum. Warum mache ich das, was ich mache? Das How, das ist der zweite Schlüssel. Übersetzt bedeutet das How jetzt auch, was sind deine Werte? Nach welchem Werteprinzip möchtest du dein Leben leben? Was ist dir wichtig im Leben? Was muss da dabei sein? Und das braucht natürlich auch ein paar Minuten, bis du das Ganze für dich persönlich definiert hast. Aber wenn du dein How, deine Werte kennst, kannst du aufgrund dessen viel, viel leichter deine Entscheidungen in deinem Leben treffen und kommst dann genau in dieses Flow-Gefühl auch hinein, wo es Step-by-Step oder wo es dann ausschaut, dass alles automatisiert läuft. Als kleiner Arbeitshinweis, wenn du dein How für dich persönlich definierst, du kannst auf meiner Webseite im Backstage-Bereich das Formular downloaden für das How-Arbeitsblatt und dort sind zig Begriffe oben. Ich glaube 350 bis 400 Begriffe sind dort oben. Druck dir diese PDF aus, setz dich in einer ruhigen Minute hin und fang wirklich mal zum Überlegen an, welche Begriffe sind für dich wirklich wichtig. Nimm einen Textmarker und markiere das Ganze. Und dann schau mal, welche Wörter für dich wichtig sind. Als kleines Beispiel jetzt Ehrlichkeit, Dankbarkeit, Authentizität und so weiter. Also was ist wichtig für dich in deinem Leben? Was möchtest du machen? Das wäre der allererste Arbeitsschritt. Also Arbeitsschritt Nummer 1, schau dir mal an, welche Wörter sind für dich wichtig, welche Werte sind für dich wichtig. Im zweiten Arbeitsschritt geht es dann darum, dass du aus diesen einzelnen Wörtern wirklich einen schönen Aufsatz machst, etwas darüber schreibst. Als kleine Gedankenstütze kannst du ruhig auf meine Webseite gehen. Ich habe oben diese drei Buttons mit Why, How, What und dann siehst du genau drinnen, wie habe ich mein How beschrieben, wie möchte ich mit mir persönlich umgehen, aber wie möchte ich mit meinen Bekannten, Freunden, Kunden, Seminarteilnehmer, wie auch immer umgehen. Also dort ist meine Grundanleitung für mein persönliches Why, How, What genau drinnen beschrieben. Und das kannst auch du für dich persönlich festlegen, weil dann triffst du auch deine Entscheidungen viel, viel leichter. Arbeitsschritt Nummer 3 ist jetzt da einer der schwierigsten, nämlich fülle sie mit Leben, indem du sie lebst. Erst durch gelebte Werte hast du ein wertvolles Leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020